Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich Pilzpfanne. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist hier die Pilzpfanne. Und ich habe schon Öl in die Pfanne getan. Das kommt jetzt in die Pfanne rein. Ich finde, das sieht sehr lecker aus. Und das muss noch 10 Minuten braten und dann ist es fertig. Und das ist fertig. Die Spanels sind 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 fertig. Soße. Secker. Vielen Dank.